hallo leute willkommen zu diesem video das ist ein sehr besonderes video weil keine kopfschmerzen gerade sind komischerweise weggegangen von alleine hin und wieder habe ich mal so kurze aber aktuell geht es das ist super angenehm ja wie geht es euch geht es euch gut hoffe ich doch und zwar ich habe gedacht das wäre kürzer deswegen hätte es sich cool angehört ja was wir noch machen müssen ist schwungrad drauf dann die diese wasserdings hier das habe ich gerade schon bereit gelegt dieses teil was hier von da nach da geht dann habe ich die schrauben dafür bereit gelegt genau da muss das getriebe dran und das ist der trickigere part gleich der christian ist kurz noch weg der war schon hier er muss noch kurz was erledigen dann machen wir hier weiter ja ich mache in der zeit jetzt diese das ding drüber dann vielleicht noch die schwungrad drauf und dann dann können wir das getriebe angehen ja dann können wir das getriebe angehen bei dem letzten video beziehungsweise vor letzten video ich habe nämlich noch zwei glaube ich nur steigen ich bin aktuell gut im vorlauf das ist das ist gut für den umzug also für den hallen umzug hinterher und zwar hat einer von euch geschrieben dass die ich hatte glaube ich auch geantwortet drauf aber ist egal ich sage es nochmal hier dass die kette noch nicht drauf ist die zweite ja ich habe dank dhl ist die kette nicht rechtzeitig gekommen stand dann zwar samstag zustellung also gestern bis 15 16 und auf einmal stand halt das ja nicht mit also nicht mehr voraus gesehen werden kann wann es zugestellt wird ich denke es kommt montag also in dem fall hier morgen für uns für mich und dann hat er geschrieben von wegen ich muss noch mal alles runter machen und ich hätte das vergessen oder sowas nein leute diese kette die ist locker die kann man quasi so wieder runternehmen dass das man quasi die die hinter der kette wird aufmachen kann man kann ja theoretisch auch die steuerkette tauschen wenn der unter eingebaut also im eingebauten zustand ist und das habe ich auch schon mal alles gemacht hier das ist auch noch alles nicht fest also ihr dürft das nicht falsch verstehen das kann man alles noch bewegen hier ja und das ist nicht eingestellt keine steuerzeiten gesetzt nichts also auch die andere seite also es ist nicht nur die eine seite hier das ist alles nicht fest und wird auch alles erst im auto gemacht weil ich möchte sicher gehen dass das schwungrad hin auf der richtigen position ist das schwungrad selber hat ein lockt für den zum abstecken und das wäre der hier und das kommt lasst mich nicht lügen hierdurch hier muss abgesteckt werden wenn die abgesteckt ist die ist die kurbelwelle genau so wie sie sein soll ich sage jetzt extra genauso wie sie sein soll weil ich nicht weiß ob es 45 grad vor oder also 45 grad vor ot oder ot ist manche motoren werden mit 45 grad vor ot eingestellt manche motoren werden auf ot eingestellt gibt es natürlich aber auch voll die dokumentationen drüber bei dem bin ich jetzt gerade nicht sicher ich will nichts falsches erzählen deswegen sage ich jetzt dass ich es gerade nicht weiß ich werde es aber noch mal nachlesen aber wenn ihr den absteckt seid ihr auf der sicheren seite dann ist es definitiv richtig und das werden wir auch machen hier bei dem neuen front cover kann man auch die markierung erkennen hier und das kurbelwellenrad kommt natürlich hier wieder drauf auch hier haben wir alle simmerringe ausgetauscht nur so zu info also falls das nicht klar war und nicht gesehen wurde denn ich wurde auch des öfteren angeschrieben beim kolbeneinbau dass ich das und das vergessen habe dass das nicht gemacht habe dass das falsch ist und 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 leute wenn ich euch wirklich alles zeigen würde dann wäre das video acht stunden lang oder länger oder vielleicht ein bisschen kürzer das geht aber nicht ich kann nicht jeden einzelnen kleinen schritt zeigen ihr müsst davon ausgehen dass ich in dem moment da richtig gemacht habe dass man mich darauf hinweist das ist in ordnung das ist okay aber nicht mehr schreiben vor wegen das hast du alles falsch gemacht das ist alles kaputt der wird nicht laufen und so weiter natürlich wird er laufen leute habt ihr den alten motor gesehen wie der aussah die zylinderwände wie schrott die waren und der motor lief wunderbar bis auf den zündaussetzer aber das hat mit dem öl zu tun also unabhängig von dem wie die zylinderwände aussahen also meiner meinung nach muss schon echt viel passieren dass der nicht mehr läuft hinterher oder dass der gar nicht erst läuft da muss richtig viel passieren und kompression haben wir also zumindestens habe ich es getestet wobei wir können glaube ich die kompression eben hier im stehen testen sogar klar wenn der starter drin ist können nee ich habe die kette nicht scheiße da hätten wir das machen können schade hätten wir sogar schon öldruck aufbauen können ja aber die rull waren das ja auch nicht dran also na lassen wir das war gerade ein versuch für mich euch dem ausgebotenen zustand zu zeigen wie man die kompression misst aber tut mir leid hat nicht geklappt so genug gequatscht ja das ich wollte es mal loswerden und nein es ist keine rechtfertigung wieder wenn das wieder irgendjemand sagt das ist jetzt wieder es ist es ist so ein swiespalt wenn man das macht wie ich das mache hier aber die ein oder anderen will ja wissen was ich meine es ist immer dasselbe man versucht das beste und es kommt nur scheiß bei raus also zumindestens für den einen und für den anderen aber naja gut so damit ihr da was seht und nicht nur die tasche von mir hört machen wir schnell das ganze hier ein bisschen sauber kleben wir mal ein tuch bereit hier sind die neuen dichtungen wer wissen will was das für dichtungen sind die teilennummer aber könnt ihr auch dem etk bei bmw entnehmen das ist eigentlich ziemlich easy ehemaligen schleifer da ist er bremsenleiniger löst ja gummireste eigentlich relativ gut und tada haben wir eine saubere dichtfläche andere seite noch das ganze wäre sauber die beiden dichtungen hier habe ich aber bw ach so habe ich glaube ich schon erzählt habe ich bei bmw schon geholt die kriegte man nicht außerhalb habe ich versucht ich habe überall geguckt nur bei lebmann hätte man sie bekommen die dichtungen für den wasserkasten hier hinten und der kurve über den simmering hinten dieser kasten aber der an den block geschraubt wird die dichtung habe ich auch bei lebmann gekauft wie gesagt die kriegt man irgendwo anders und das ist schon ein bisschen blöd ehrlich gesagt aber ist nicht schlimm weil es nicht so teuer waren aber glaube ich fast die teuersten dichtungen an sich die ich gekauft habe immer fällt eine dichtung raus also eine schraube raus die dichtung bewegt sich immer ein bisschen das ist jetzt das problem müssen wir mal gucken dass wir jetzt hier gerade durchkriegen die hätten wir die seite ganz leicht nur die seite alles nur handfest gerade ganz leicht bis der erste widerstand kommt so jetzt ziehen wir die mal ein bisschen fest hier liegt dran alu nicht zu feste am besten nur so aus dem handgelenk dann könnt ihr nicht zu fest machen ein bisschen kraft aufbauen können ein bisschen fest müssen die halt aber das ist halt wasser ne und das ist halt auch das ding warum ich hier immer sehr vorsichtig bin bei den schrauben echt wirklich vorsichtig aber die müssen halt leider fest sein das ist das ding hier mal so ausprüfen die schrauben wo war das jetzt passt das oder passt das nicht mal gucken mal gucken ne passt nicht na gut ja der kommt da da zieht juda aus ja das zieht sich gleich ran mal die schrauben lösen malzeit 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 wir haben 1000 milliarden uhr das passt doch 15 uhr wir haben 16 ist auch immer malzeit also wir haben jetzt nachgeguckt vorne hier Christian hat aber nochmal kontrolliert wir sind komplett auf 45 grad vor Ort der Jagd ja perfekt wir haben uns entschieden dann diese platte noch nicht am wandler fest zu machen geht ja auch schlecht ja das ist das problem da müsste ich dann morgen und eben alleine machen das ist aber auch viel schrauben alter das werde ich wohl noch alleine hinkriegen schätze ich mal es geht nur darum den da rein zu kriegen jetzt mal eben so rein heben zu drehen und die schraube dann da rein zu machen ist das kleinste problem ah ok wir müssen noch wir haben jetzt das schwungrad eben fertig ich werde jetzt nicht zu viel quatschen ein stehbolzen von dem hier komm mal auf deiner seite glaube ich steht noch weiter raus wir müssen noch rein drehen ganz 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 links der ah jo den habe ich nur mit der Hand reingedreht und hier glaube ich ist auch einer den müssen wir noch fester rein drehen aber das ist Kindergarten nicht bei uns fancy boys und so ja und dann rein damit würde ich sagen ich denke wir reinkriegen heute na klar easy so 122 120 so ab die luci lockt er dich drauf falls wieder einer sagt das haben wir nicht gemacht wir haben die jetzt vorgedreht mit der Hand ich halt gegen genau äh gegen wir fangen hier an warte du hast ja sicher ne die schraube musst du erstmal packen da war 120 da war 120 du hast ja die dreht sich halt noch etwas ins gewinde rein ja alles gut alles gut wenn du wissen ob du hast na die habe ich zu 100 pro ja jetzt langsam müsste es eigentlich gehen ne ja immer schönere kreuzchen mehr kann die nicht rein du hast kompressionen hörst hör mal ne aber das ist die warmeste du hörst die bewegen sich gar nicht echt ne stimmt du wirst die du hörst die zylinder stimmt du hörst die zylinder oh Alter vollkompression hier aber jetzt muss ich durchgehen weil ich nicht mehr weiß wo wir waren die ersten über kreuz hast du mit sich dann nicht verspannt ja ja waren ich glaube fast alle über kreuz ah da war eine lockerer und wir sind glaube ich durch warte ja ja pf 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 Dass die auch geschrieben haben, dass der langsam wäre mit seinen 8, 8,5 Sekunden oder was es gab von 0 auf 100. Kann ich jetzt nachvollziehen, hätte ich gesagt. Ich wünsche, dass der hier ein bisschen flotter sein wird hinterher. Wenn ihr mal überlegt, dass der schnellste Supra 6 Sekunden von 0 auf 300 braucht. Ja. Habe ich gestern bei Instagram, glaube ich, bei AutoFacts oder so gesehen. War mega witzig. Überleg mal, 6 Sekunden. So, jetzt können wir Getriebe drauf machen, muss ich sagen. Oder haben wir noch irgendwas vergessen? Getriebe kann drauf. Getriebe kann drauf, ne? Ja, wir müssen den Motor nach vorne. Und dann Getriebe drauf. Juhu! Beste Position für euch gefunden auf dem Motorkran, Leute. Fast first person. Ja, hier, ich mache ein Bild von euch, damit ihr seht, wie er da gerade hängt. Das fange ich jetzt quasi hier rein und ihr seht, wie ihr aussieht. Boah, Alter! Was ist der He-Man hier? Was ist los? Das ist dezent schwer. Warte, 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 warte. Hey, warte, ich bin falsch. Jetzt. Jetzt kann man das nicht liegen lassen. Passiert nichts mit, oder? Legst direkt das eine Seite entlang. Das muss mit nach vorne. Genau. Genau. Hi! Wir können ja noch ein Stück nach vorne heben, dann kann er noch weiter ran. Noch ein Stück nach vorne, nach vorne. Finger. Ja, ich schaff's auch. Genau. Jetzt kannst du mich das bis nach vorne durchlegen. Yes. Dafür ist auch dieser kleine Anschluss hier. Glaube ich zumindest. Das ist ja auch der Grund, warum die meisten Leute immer das schreiben. Von wegen, ich habe das nicht gemacht, ich habe das nicht gemacht, ich habe das nicht so gemacht. Weil du halt nicht alles zeigen kannst. Ich habe eben, weißt du, was das für Längen vom Video war? Ach ja, habe ich gerade eben am Anfang auch gesagt. Von wegen, ich kann nicht zeigen, wie ich jeden Kolbenring richtig drehe. Ja. Das geht nicht. So. Oder irgendeiner schreibt bestimmt, der Leute, von wegen, ihr Zündkerzen vergessen. Guckt rein. So, warte. Jetzt müssen wir erst mal gucken, dass wir das ordentlich reingehoben bekommen. Wenn das einmal drin ist, dann hängt das ja auch erstmal. Oh, ich wollte es nicht. Genau. Sind die alle gleich lang? Das sind alles diese, bis auf die zwei kleinen halt. Obwohl, stopp. Da waren längere bei, nicht? Oh, guck mal her. Stopp, da waren längere bei. Ich glaube, die waren für unten. Weil da irgendwie was weiter weg stand. Kann das sein? Ich erinnere mich an was. Das ist jetzt eine gute Frage. Die sind, die sind alle gleich lang hier. Das zieht sich auch ran. Ja, lass ich eben gucken, dass du den ran drücken kannst. Wir haben den nämlich auch... Ich bin voll dran. Ja, 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 ist dran. Geht doch. Ganz dran. Das sieht gut aus. Schön. Ah, die Kappe, das ist die Kappe, ne? Von unten drunter. Die ist abgegangen. Die kommt da hinten drauf, wo man dann durchgucken kann. Ah, ja. Dann gib mir direkt mal eine Schraube. Dann warte ich dem nicht direkt die Mutter drauf, bevor wir das nicht vergessen. Ja, aber warte, bevor du die machst. Mach erst alle anderen. Ich mach die nur drauf, dass ich die nicht vergesse. Ich zieh die nicht an. Nein, ich weiß aber nicht, ob die wirklich dahin gehört. Oder meintest du, dass die wirklich da... Hier ist auf jeden Fall ein Schraubenabdruck. Da ein Mutterabdruck. Okay. Ich weiß auch, dass wir die abgemacht haben. Okay. So, die zwei kleinen kommen hier rein. Also Leute, unser Problem gerade ist, beziehungsweise wir sind gerade mal überlegen, ob die Angaben aus dem TIS richtig sind, beziehungsweise wie wir sie richtig lesen. Das ist ja auch so eine Sache. Ich kann nicht sagen, dass wir uns einfach verlesen. Getriebe A5S 440Z. Das Automatikgetriebe von ZF mit 5HP24. Das ist das Automatikgetriebe. Und zum Verständnis, die hier sollen 21 Nm bekommen. Die hier sollen 42 Nm bekommen. Das Ganze rundherum. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das richtig ist. Vor allem nicht 21 hier. 21, das kannst du aus dem Handgelenk machen, ehrlich gesagt. Würde ich fast behaupten jetzt mal. Also wir haben die jetzt mit 56 Nm angezogen. Das ist immer noch meiner Meinung nach zu wenig. Christian, guck das nochmal nach. Ob ihr irgendwas findet, oder? Was denn? Getriebegehäuse am Motor. Ja. 25 Nm, 49 Nm, 74 Nm. 6 Kanten Torx ist sogar noch ein bisschen leichter. Ja, das sind die, die wir gerade gefunden haben. Das kann nie im Leben stimmen. Ja gut, da steht 21, 42. Da steht 22, 43. Das macht den Braten jetzt auch nicht fett. Das ist niemals im Leben richtig. Also, für mein Verständnis, ich meine... Nee. Ich meine, du, du arbeitest ja auch nicht ganz damit Maschinen. Nein. Ich kann es nicht mehr vollziehen. Warum? Ich auch nicht. Vor allem Getriebe, Alter. Ist ja nicht nur, dass es jetzt so ein Ventildeckel wäre oder sowas. Oder so eine Abdeckung von vorne, für den Kettenkasten oder so ein Scheiß. Das ist das fucking Getriebe. Vor allem, das Schwungrad hat ja schon 120 Nm bekommen. Ja gut, das ist aber normal. Ja. Das weiß ich. Und mit Locklight eingesetzt. Da kann was nicht stimmen. Aber die schreiben es ja alle. Ich denke mal, da ist das auf dem Tisch übernommen. Sollte ich dir sagen, so mal so. Ja, bis auf die zwei falschen. Kannst du ja mal lesen, vielleicht schreiben die ja irgendwas von wegen, dass das nicht der Wahrheit entsprechen kann. Keine Ahnung. Vielleicht kommentiert das ja einer. Keine Ahnung. Wir gucken mal. Ich habe meine Kamerafrau getauscht. Ich stelle ihn mal nach vorne. Ne, nach vorne. So oder nicht? Ja. So, jetzt kannst du mal vorne kippen. Oh, jetzt geht er. Jetzt kriegt er Schlagseite. Ja, ein bisschen. Schlag? Schlag. Kommt er hoch oder hinkt er noch was? Ja, mach. Er ist frei. Er ist frei. Er ist frei. Boah, ich trau den Dingen so schwer, ne? Aufpassen, aufpassen. Ja, okay. So, Feierabend. Ja, ist da eine neue Kippe drin. Huh. So, Feierabend. Nein. Jetzt mal gucken, kommst du da irgendwie rum? Ich kann ihn nach rechts drücken, ja? Ja. Nicht so flott, ne? Mein Fluss gezogen. Nicht so flott, ja. So. Machst du den Bese weg? Ich weiß nicht, wie wir hochverkehrt sind. Tu das nicht. Achtung, jetzt noch mal das Schlag. Jetzt darfst du nur rum. Ich darf nicht weiter ran. Ja, kann aber nicht weiter. Jetzt geht wieder ein Stück. Störe? Ich gucke doch irgendwo rum. Ja, wir müssen pumpen ein bisschen hoch, weil wir sind hier nicht drüber. Hm, ab der Spock. Geht? Bist du reingeschoben? Ich denke, ich so blöde. In der Sinne, wo der Schäden jetzt nicht mehr drin ist. Hier ist der Halter, das ist nicht gerade der beste Boden dafür. Nein, das ist ja auch. Hast du? Hier ist alles frei, da ist alles frei. Ja, jetzt. Müssten vorbeikommen. Ich bin voll am beißen, Mann. Echt? Ja, komm rüber bei dir zu mir. Hier ist genug Platz. Ja, genau. Ja, ja. Warte, stopp. Jetzt müssen wir runter ein bisschen. Aber ich glaube, wir müssen den jetzt so ein bisschen kippen hier. Jetzt guck mal bitte unten drunter, ob das passt. Jo. Alles normal. So, passt das? Das passt alles. Ja, dann schieben wir ein Stück weiter rein. Nicht runter? Ja, erst ein Stück weiter rein. Wir haben noch ein bisschen Luft. Mann. Du hast sowas von recht. Penis, du bist so ein Penis. Warte mal, ein bisschen zu drücken. Geht das noch ein oder soll ich helfen? Die Kette nervt. Na, warte mal. Ja, mach die doch einfach. Ach so, die Kette nervt, ja. Ich hab mir fast gedacht. Es ist zu kurz, ne? Scheiße. Nicht mit Kuppe, aber mit Kuppe. Komm, wir gehen da hinten in unseren Schirm am Weg. So, jetzt ist ein bisschen Luft hinten jetzt bei dir, ne? Ja. Ich kann den Superrad mit der Hand festhalten. Okay, pass auf. Dann lass ich ein Stück runter. Du guckst. Ich drück den mit rein, ja? Ja. Kann mal einer von euch hier aufdrehen. Wasser aufdrehen. Hier. Dann drück ich so. Warte, weil wir ein bisschen mehr aufraffen. Guck mal, wie nah wir da schon anlegt. Oh, wir wollen ja rein, vorsichtig, ne? Jawohl, ah, Scheiße, hier ist auch ein Fehler. Deswegen geht das nicht weiter hier. Es wird hier besser und besser. Hier, aber es ist noch mal Kuppe. Ja, Christo, musst du ja, glaube ich, nach links drücken, oder? Bin ich doch dabei. Ja, Mann. Ja, hier. Der steht schräg deswegen. Also zur Wand hin, quasi. Das Problem, ja, hier weiter zu mir geht nicht. Weil hier kommst du jetzt schon an die Schläuche dran. Mach den wieder zu, bitte. Lässt du. Dann haben wir jetzt hier die Stempelbox. Ah, ja, ja. Kann mal jemand helfen? Was, den hoch runter? Hoch. Hoch. So, stopp. Darum mache ich immer den Kameramann. Ja, noch weiter? Warten muss ich doch sagen. Warte, mach mal langsam. Hier, hier. Ah, fach wieder diese Leitung, ne? Ich hasse diese Leitung. So. Soll ich weiter machen, oder? Ah, warte, der ist hier drin. Wie sieht es hier so aus? Hier ist er nicht drin. Ah. Kommt der nach vorne, ne? Ja, das ist richtig. Ich kann ja noch was nach hinten. Wie geht das noch, was muss denn denn? Erste, erste. Boah. Was war das denn? Nee, 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 stopp, stopp, stopp. Ich kann ja noch was nach hinten ziehen, ne? Kannst du denn da ein bisschen von Fahrtrichtung nach rechts drücken? Quasi zur Wand wieder hin. Zur Wand ziehen, das Getriebe, oder drücken? Drücken. Ja, genau. Ja, war gut. Ja, war gut. Weiter. Noch ein Stück. Lass mal ab, warte, ich lass mal ab. Ja, aber das ist noch nicht drüber. Stopp. Jetzt nochmal, Christian. Ja, noch ein minimales Stück. Stopp. Jetzt kannst du runterlassen. Zack. Drin? Ja. Juhu. Wieso ist die unterschiedlich? In meiner Tasche. Weil, guck mal, anders geformt ist. Ja. Die sind alle gleich? Nein. Ein Zylinderkoppel ist größer wie der andere. Als. Danke, Frau Kamerafrau. Gerne. Ohne auf die Tür. Ich würde jetzt einfach mal so pauschal sagen, der hier. Die sind gleich. Auch nicht vor mir den Füßen gut zu geltet. Vielen Dank, du bist so perfekt. Dann drehe ich nochmal so rum. Und dreh sie wieder andersrum. Ich bin so sportlich, oder? Das war langsam frisch hier unten. Die ist anders. Nicht nur da unten? Ja, stimmt. Die ist anders. Die ist anders. Ja, weil die hat die Bolzen so und die sind immer so. Ja, aber man muss gucken, von Dichtung aus gesehen, ne? Wie von? Die Dichtung, genau. Und jetzt egal, worum du drehst, du malen noch so. Ja, die ist nämlich immer gleich. Nein, so. Ach, du hast ja. So. Die ist jetzt die anders. Ach so. Das macht doch gar nicht so oder so, oder? Doch. Warum sieht die eine jetzt anders aus? So von Dichtung aus gesehen. Ja, aber das ist doch scheiße, ob die so rum ist oder so rum. Ja, war ja eben bei dem anderen nicht. Ich kann die nicht drauf machen. Gucken wir mal, ob das der hier ist. Ne, guck. 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 Ja, guck. Guck. So gleich. Das ist die andere. Der Mutterschahn. Richtig, nur? Das ist der Motorbrück. Der grölt von unten. So, guck mal hier. Ne. Was willst du denn? Das siehst du auch. Das siehst du auch bei dir mal in der Pause. Ja, das sind zwei von denen, ja. Warte, aber das ist der andere. Das ist der, der da auf der anderen Seite reinkommt. Das ist was anderes Gerät. Ja, aber trotzdem möchte ich ja dann einen da und jetzt zieht sie ja schon mal da rein. Ja, aber das sind... Das ist die andere. Das ist die andere. Bitte? Bist du am Rauchen? Ja. Ja, weil ich ewig von unten bin, siehst du mal, ne? Ja, das steht noch. Okay. So Leute, wir sind quasi fertig. Der Christian ist jetzt noch unterm Auto und macht den Getriebehalter dran. Hier gibt es eine Verlängerung für den. Danke schön. Ja. So. Puh. Leute, Leute, Leute. Zwölber, wieder wegrollen. Wobei das bei dem halbbergen auch gefällten Wagen jetzt nicht mehr viel Unterschied macht. Aber der Motor ist drin, ne? Er liegt in seinen Motorhaltern. Habt ihr gesehen? Wir mussten ihn aber noch mal rausheben für die Krimmer, weil wir es vergessen haben. Aber es war nicht so schlimm. Der Motor hang einmal richtig in der Position und dann halt wieder hochheben war perfekt eigentlich. So kam man halt überall dran. Und er war nicht falsch, dass man ihn jetzt nicht hochmachen konnte oder sowas. Super Sache. Also hier ist auch alles locker, ne? Wir sind jetzt nicht mehr... Spezienmäßig. Ja, sehe ich auch so. Meine Schlauche Rietes hier hat perfekt funktioniert. Stößt ihn nirgendwo gegen. Wobei doch hier unten sich leichte Berührung. Aber das ist... Ach, guck mal. Da ist doch Luft sogar. Ach, wie schön ist das. Wie schön ist das. Ich hoffe, der Herr Nagel ist stolz auf mich. Dass das so schön hier geht. Ich hab das... Ist er richtig da bei dir drin? Ich hab das Gefühl, dass er zu weit hinten ist. Bei mir? Ja. Das Getriebe ist perfekt auf dem Halter. Okay. Weil, ich weiß nicht... Durch die Schraube da hinten... Ich weiß nicht, der Schlauch hier sieht nicht richtig aus irgendwie. Wobei, wenn das drin ist, sieht das wieder ganz anders aus, oder? Naja. Da fehlt ja noch ein bisschen. Was? Am Motor. Ne, ich mein, weil wir ja in den Motorhalter 1 gegangen sind jetzt. Ach so. Deswegen, aber das ist, glaube ich, nur... Das ist nur von mir, glaube ich, im Kopf gerade so ein bisschen falsch alles. Aber das ist okay. Das kriegen wir hin. Das ist nur ein scheiß Schlauch. Man, im schlimmsten Fall wird das geändert da. Ganz einfach. Punkt. Also, ich würde sagen, damit machen wir Schluss in dem Video. Ich muss schon genug schneiden mit dem Video, weil Daniel gefilmt hatte und die ganze Zeit durchgehend gefilmt. Also, auch vielen, vielen Dank. Beide, auch Marcel. Und, ja, Kevin hat auch was gemacht, oder? Ich sage einfach mal, ja. Ne, danke für alle, die hier waren und die geholfen haben. Auch Christian, die ja nirnert, natürlich. Nicht vergessen. Ja. Und, glaub mir, bei mir bleibt nichts unbedankt, wenn ihr hier hilft. Glaube mir. Also, das wird ein Geben und Nehmen. Das sage ich dir. Das geht super. Auch in der neuen Halle. Das ist sowieso. Das ist sowieso. Ja, wenn morgen alles gut geht, dann hole ich die Kette und dann machen wir die noch drauf. Dann wird der theoretisch morgen komplett zusammengebaut. Theoretisch. Wenn alles klappt. Wobei, scheiße, eine Sache fehlt mir, dass ich den starten könnte morgen. Wobei, doch, wir könnten ihn kurz auf Batteriestrom laufen lassen. Ja, nicht Maschine. Ja, genau. Wobei, ich könnte die auch erstmal so wieder zusammenbauen. Für den Test. Ich werde auf die Lagerwagen. Ja, wir gucken. Vielleicht entscheide ich mich ja, dass wir das drauf machen. Wer weiß. Gucken wir. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hau da rein. Nicht vergessen zu kommentieren, zu liken und natürlich einen Kommentar dazu lassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Willst du auch schön sagen? Tschüss. Hier, warte, Kamera. Wo bist du da? Hier vorne, vorne, vorne. Ciao. Hau da rein. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.